Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es ganz kurz um diese Speicherkarten, um diese SD-Karten von Lexa und warum der Daniel und ich diese nicht empfehlen können, erfahrt ihr im Video. Bis gleich! Diese Lexa SD-Karten waren für die GH5 vorgesehen und wurden auch dort verwendet. Der Daniel und ich haben aber relativ schnell gemerkt, dass sie nicht so funktionieren, wie man das erwarten würde und wie wir uns das vorgestellt haben. Wo jetzt die Problematik genau lag, auf das gehe ich jetzt gleich ein. Bei den von uns bestellten SD-Karten handelt es sich ganz konkret um die Lexa Professional 1667X mit einer Kapazität von 128 GB. Wir haben gleich zwei Karten bestellt, damit wir über beide SD-Karten Slots an der Kamera aufnehmen können und sozusagen immer ein Backup parat haben. Bei den Nutzerbewertungen ist uns aufgefallen, dass es die ein oder andere schlechtere Bewertung gab, wo gesagt wurde, dass die Karte nicht so funktioniert, wie sie sollte. Wir haben sie trotzdem bestellt, denn solche Bewertungen, die findet man ja bei fast allen SD-Karten. Nachdem die Karten dann angekommen sind, schien auch alles so zu funktionieren, wie es sollte. Auch die Testaufnahmen, das hat alles gepasst. Aber die Ernüchterung sollte schneller einkehren, als von uns gedacht. Denn gleich beim nächsten Drehtag mussten wir die SD-Karte formatieren, sonst hätte sie nicht funktioniert. Speicherkartenfehler bitte formatieren Sie die Karte und das, obwohl mit den Testaufnahmen noch alles geklappt hatte. Trotzdem musste man die Karte formatieren, obwohl sie zwischenzeitlich nicht verwendet wurde. Dieser Fehler, der trat in der weiteren Folge, in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder regelmäßiger oder unregelmäßiger auf. Das heißt, man wurde aufgefordert, die Karte zu formatieren und danach hat sie wieder funktioniert, als ob nichts gewesen wäre. Aber zumindest die zweite SD-Karte hat am Anfang noch funktioniert, allerdings auch nicht allzu lange. Das heißt, seit dem Kauf bis aktuell sind beide Karten fehlerhaft. Bei beiden Karten treten Fehler auf und ich werde euch jetzt kurz auflisten, welche Fehler am häufigsten auftreten. Nummer 1. Die Speicherkarte konnte nicht gelesen werden und musste formatiert werden. Das ist der eben genannte Formatierungsfehler. Dabei ist es egal, ob die Karte komplett leer war, das heißt, wir die über den PC formatiert hatten und in die Kamera eingelegt haben, oder ob wir die Dateien drauf belassen haben und sie einfach weiterverwendet haben. Einmal haben wir dadurch so einen Teil einer kompletten Session verloren, was ziemlich nervig war. Und plötzlich ist die Karte nicht mehr gegangen. Die Kamera wurde dazwischen kurz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und dann kam dieser Formatierungsfehler. Sehr ärgerlich. Fehler Nummer 2 oder der zweite Fehler ist ein Fehler, der die Aufnahmegeschwindigkeit bzw. die Schreibgeschwindigkeit der Karte, der SD-Karten betrifft. Und das, obwohl die Karten für 4K-Aufnahmen beworben werden und darauf ausgelegt sein sollen, scheint dies aus unserer Sicht fraglich, ob das denn tatsächlich möglich ist. Warum? Wir nehmen unsere Videos in der GH5 ausschließlich in Full-HD auf und mit der niedrigsten Bitrate, die die GH5 zur Verfügung stellt. Trotzdem wurde immer wieder zwischenzeitlich am Display der Kamera angezeigt, dass eine der beiden SD-Karten die Daten aktuell nicht verarbeitet, das heißt die Aufnahme nicht aufzeichnet und nicht mehr auf die Karte schreibt. Der Grund ist wohl, dass die Karte zu langsam arbeitet und die Daten nicht bewältigen kann. Mit den SD-Karten von Sendisk zum Beispiel, die wir auch nutzen, ist das bisher noch nie aufgetreten. Diese Anmerkung sei gestattet an dieser Stelle. Der dritte Punkt oder dritte Fehler, der uns immer wieder aufgefallen ist und immer wieder aufgetreten ist, wenn man zwei kurze Clips beispielsweise aufnimmt, ist es regelmäßig sehr deutlich bemerkbar gewesen, dass die SD-Karten für die Verarbeitung der kurzen Aufnahmen mehr Zeit benötigen als gewohnt oder als gewöhnlich. Das Beispiel jetzt, man nimmt zwei kurze Clips aus, jeweils 10 Sekunden, beziehungsweise wollte das. Man hat den ersten Clip aufgenommen, drückt auf die Record-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Man kann aber die nächste Aufnahme nicht starten, weil die Daten noch auf die Karten geschrieben werden. Das heißt, man hat Standzeit mit der Kamera und diese ist nicht einsatzbereit. Wenn man jetzt eine gute Szene einfangen möchte oder schnell sein muss, dann ist das nicht wirklich nützlich oder hilfreich, wenn man die Kamera nicht verwenden kann, weil die Daten erst auf die Karten geschrieben werden müssen. Und wir reden hier wirklich von kurzen Clips und nicht von einer halbstündigen Aufnahme in 4K, sondern wie gesagt in Full HD und der niedrigsten Bitrate, die die GH5 bereitstellt. Punkt Nummer 4, beziehungsweise Problem Nummer 4, das immer wieder aufgetreten ist, wenn man den Aufnahmeknopf betätigt hat, hat die Aufnahme nicht sofort begonnen, sondern erst 3 Sekunden später. Dabei ist es egal, ob man jetzt mehrere Clips schon aufgenommen hatte und den nächsten aufnehmen wollte oder ob man die Kamera gerade frisch eingeschalten hat. Man drückt den Aufnahmeknopf, die Aufnahme beginnt nicht sofort, sondern erst 3 Sekunden später. Das ist auch sehr ärgerlich, beziehungsweise echt nervtötend, wenn man schnell die Kamera einsatzbereit haben möchte und auf die SD-Karten warten muss. Wir haben dann irgendwann die zwei Lexa-Karten einfach nicht mehr verwendet, denn es war zum einen etwas zu unsicher, ob man die Daten auf den Computer bekommt, wenn man jetzt ein paar Stunden am Filmen ist, und auf der anderen Seite waren uns die Karten dann auch zu langsam, wenn man immer auf die SD-Karten warten muss, bis die für die Aufnahme bereit sind oder die Daten geschrieben werden. Irgendwann ist das einfach zu nervtötend. Wir haben die Karten dann nicht mehr verwendet. Aus diesen vier genannten Gründen, beziehungsweise aus all den genannten Gründen, können wir die Lexa-SD-Karten einfach nicht weiterempfehlen. Und wir würden euch anraten, sich bei anderen Herstellern, anderen Anbietern umzuschauen. Die Produkt-Links von den Karten, die wir sonst noch verwenden, füge ich euch in der Beschreibung an. Das war es jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch ein Abo da oder ein Like. Darüber freuen wir uns irrsinnig und ihr unterstützt den Kanal damit. Das wäre großartig. Bis bald. Ciao.